Wer die Nochteifel kennenlernen möchte, ist mit diesem Buch bestens ausgestattet. Streifzüge durch die Nochteifel bietet Autor Reinhard Meurer in seinem gleichnamigen Buch aus dem Meier & Meier Verlag an. Ausflugsziele und Wandertouren als Tagesausflüge und das mit 74 Vorschlägen. Unsere Auswahl zeigt Blankenheim, die A-Quelle, den Tiergartentunnel und dessen 19 Kilometer langer Rundwanderweg. Dieser ist gut ausgeschildert und kann etwa zur Hälfte der Strecke abgekürzt werden. Der Tiergartentunnel ist die frühere Wasserversorgung der Burg Blankenheim. Der gemauerte Tunnel führt das Wasser aus 1 Kilometer Entfernung der Burg zu. Die eingefasste Quelle, deren Wasser kristallklar ist, liegt auf dem Rundwanderweg und kann auch als Rastplatz genutzt werden. Die vier großen Herren der Eifel eröffnen die 27 Buchkapitel. Die Beschreibungen der Tagesausflüge werden optisch von vielen Fotos eingerahmt, umfassend viel Wissenswertes und Geschichtliches zu den Zielen und werden durch Kartenausschnitte sowie Grafiken ergänzt. Detailliert mit Öffnungszeiten, Telefonnummer und Internetadressen sind Einkehrmöglichkeiten angegeben. In Übersichten zusammengefasst sind Veranstaltungstermine, wie zum Beispiel Weinfeste und Ranger-Touren im Nationalpark, die alle mit Links versehen sind. Tipps für Wanderer ergänzen die Informationen in vielen Kapiteln. Besonders genossen hat der Autor die Fahrt mit dem roten Porsche durch die Eifel und spricht von ein wenig Entschleunigung. Was mag wohl dahinter stecken? Entdecken Sie die Streifzüge durch die Nordeifel auf 365 Seiten des Buches und erkunden Sie jede einzelne Tour. Es lohnt sich wirklich. Ein Spaß für klein und groß und zu jeder Jahreszeit. Das Ende der Wandertour wird mit einem großartigen Burgblick angekündigt.